Wo sind meine Hübschen? Du bist wunderschön, du bist wunderschön, aber du bist die Schönste. Auf das hier haben wir uns alle gefreut, Leute. Auf den Kelgenhorn-Bock-Contest. Ja, ist ein Prachtbock. Der Bursche wird viel zu tun haben, schätze ich. Was meinst du damit? Okay, die Grimerson-Brüder sind wieder einmal die letzten verbliebenen Kontrahenten. Und Les Grimerson ist der Gewinner. Du kleiner Aufreißer! Sie haben seit 40 Jahren nicht miteinander gesprochen. Warum sollten Sie jetzt damit anfangen? Der Bock meines Bruders. Ich glaube, er hat die Junge Krankheit. Schafzüchter aus der Plantagenath-Region sind schockiert über die Entdeckung einer hoch ansteckenden Erkrankung. Nehmt sie mir nicht weg! Sie machen das ganze verdammte Tal platt. Dann können Sie uns auch gleich umlegen. Das wäre wenigstens konsequent. Sie müssen sich an die Regeln halten. Was will ich sagen? Das riecht nach Schaf. Keine Schafe. Dafür viel Luft erfrischer. Ich weiß, du hast welche zu Hause. Sie haben noch welche. Ich konnte nicht anders. Du hast was? Wenn wir die Schafe aufspüren, ist er erledigt. Das riecht nach Schaf. Das riecht nach Schaf. Jetzt wird das Riecht nachschlag. Das riecht nach Schaf. Vielen Dank.